70% in 5 Tagen mit einer Trading Strategie, die ich dir in diesem Video vorstelle. Genau zeige, wo du die Einstiegssignale findest, wo du dein Stop Loss setzt, wo du dein Take Profit nimmst. Und wie das Ganze in der Praxis zu traden ist, stelle ich dir in diesem Video vor. Deswegen bleib dran und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich habe unsere Triple Supertrend Strategie noch einmal getestet, aber dieses Mal auf dem Ethereum Chart und habe wie gesagt gute Ergebnisse bekommen beim Trading. Deswegen werde ich dir die Strategie in diesem Video genau wieder vorstellen, wie diese auf dem Ethereum Chart zu traden ist, damit dein Trading noch besser wird. Und hierfür, wie auch im letzten Video, wo ich diese Strategie auf dem Bitcoin Chart getestet habe, brauchen wir den Supertrend Indikator, den Stochastic RSI und die 200er EMA. Und das war es auch schon. Deswegen zeige ich gleich, wie das Ganze einzustellen ist bei TradingView, wie du die Indikatoren findest, wie du diese einstellst und welche Einstellungen du dabei vornehmen musst, damit diese genau so zu traden sind, wie ich sie dir in diesem Video zeige. Und danach zeige ich dir konkrete Beispiele für Long und Short Trades, wie diese in der Praxis zu traden sind, wo die Einstiege sind, die Stop Loss und die Take Profits und wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Deswegen kannst du heute auf die Ergebnisse gespannt sein und ich wechsle jetzt auf den Vollbildmodus. So, für diese Strategie habe ich ja bereits einmal vorgestellt, werde ich in diesem Video noch einmal machen. Indicators anklicken hier und dann Supertrend eingeben. Und dann siehst du hier den Supertrend von Kiwan C OZ Buildage, den dreimal anklicken. Dann tauchst du hier ebenfalls dreimal auf und dann brauchst du folgende Einstellungen bei diesen Indikatoren. Das sind hier diese Linien, die du hier siehst. Dieses Video wird von DYDX gesponsert. Der besten dezentralen Handelsbörse auf dem Markt mit extrem niedrigen Tradinggebühren und einer hervorragenden Tradingplattform dank der intuitiven Benutzeroberfläche sowie einem hohen Handelsvolumen und einem Hebel bis zu 20x. Außerdem wirst du mit DYDX Token für das Trading auf der Plattform belohnt. Und wenn du den Link in der Videobeschreibung verwendest, erhältst du einen zusätzlichen Rabatt von 5% auf deine Tradinggebühren. Und die stellst du folgendermaßen ein, also einfach den ersten hier anklicken. Dann bei Style habe ich bei allen drei das gleiche. Also hier bei Cell, Uptrend Highlighter, Downtrend Highlighter habe ich hier weggeklickt, also rausgenommen. Das bei allen dreien bitte so übernehmen. Und bei den Inputs habe ich beim ersten bei ATR Period 10, Source HL2, also High Low 2, ATR Multiplier bei 1. Und das Ganze hier dann mit OK bestätigen. Beim zweiten dann, hier habe ich bei ATR Period 11, HL2 und die 2 in diesem Fall. Ebenfalls bei Style alles so belassen, also außer hier bei Cell, Uptrend Highlighter, Downtrend Highlighter ebenfalls hier rausnehmen. Beim dritten genauso, werde ich jetzt nicht noch einmal zeigen. Also bei Style, bei allen drei Supertrends immer das gleiche. Und beim dritten hier ebenfalls aufs Zahnrad klicken und bei den Inputs hier ATR Period 12, Source HL2 und ATR Multiplier 3. Das sind hier die Einstellungs-Style. Wie gesagt, noch einmal das gleiche. Und das ist jetzt für den Supertrend. Dann brauchen wir die EMA. Dafür ebenfalls bei Indicators hier EMA im Suchfeld eingeben. Moving Average Exponential hier einmal anklicken. Und dann taucht sie dir bei dir hier auf. Dann hier ebenfalls auf das Zahnrad. Bei Style habe ich jetzt das Ganze weiß gemacht. Also du siehst, das ist diese weiße Linie hier. Habe ich hier weiß gemacht, etwas dicker gemacht, damit das Ganze besser zu erkennen ist. Dann taucht sie hier ebenfalls auf. Ups, ich habe die Einstellung noch nicht ganz gezeigt. Also nochmal hier aufs Zahnrad. Wie gesagt, Style Weiß Inputs hier 200er. Also wir brauchen die 200er EMA Close 0. So das Ganze übernehmen, damit das Ganze bei dir genauso ausschaut. Mit OK bestätigen. Und dann hast du ebenfalls diese weiße Linie hier noch dabei. Und den Stochastic RSI brauchen wir ebenfalls. Ebenfalls alles bei Indicators. Einmal Stochastic eingeben. Hier RSI. RSI taucht hier mittlerweile auf. Stochastic RSI genau den übernehmen. Das ist ein mittlerweile eingebauter Indikator. Hier bei TradingView einmal anklicken. Und dann taucht er hier so auf. Die Einstellungen kannst du komplett so belassen. Die Standardeinstellungen, die hier schon drin sind, brauchen wir nichts mehr abändern. Und dann können wir schon loslegen mit der Strategie. Also wir gehen nur Long Position ein, wenn der Kurs über der 200er EMA ist. Und wir gehen nur Short Position ein, wenn der Kurs unter der 200er EMA ist. Also wenn man das Ganze hier dann betrachtet, ist das Ganze unter dieser weißen Linie. Hier nur Short Position. Und wenn der Kurs über die weiße Linie kommt, dann suchen wir nur Long Position. Dann ist unser Einstiegssignal immer nach einem Cross. Also bei einem Long Beispiel, wenn der Kurs jetzt wie gesagt hier über der 200er EMA ist, suchen wir Long Position. Die Einstiegssignale sind immer nach einem Cross der weißen und der orangenen Linie unterhalb dieser 20er Linie. Also unterhalb dieser 20er Zone. Hier siehst du hier die 20. Hier innerhalb der 20er, also überhalb der 20er und unterhalb der 80er ist dieser helle Bereich hier nicht. Aber wenn der Kurs unterhalb dieser 20er hier kreuzt, also nicht der Kurs, sondern diese RSI Linie und die Signallinie, also die blau und die orangenen, hier ein Kreuz bilden. Danach suchen wir einen Long Einstieg, also danach eine bullische Kerze, eine in dem Fall hier weiße Kerze. In deinem Chart wird sie wahrscheinlich grün sein. Also ich habe hier statt weiß und orange sind die normalerweise grün und rot. Und hier haben wir die nächste bullische Kerze, sogar hier schon. Und wir gehen nur Long Position ein, wenn nach diesem Cross wir zwei Supertrend Linien, hier müssen wir das Ganze etwas größer machen, also diese Linien sind ja diese Supertrend Linien. Und mindestens zwei Stück müssen unter dieser bullischen Kerze sein. Also in dem Fall haben wir einen Cross gehabt, wir haben hier eine bullische Kerze und wir haben hier gerade den Beginn der zweiten Linie. Die erste läuft hier ja schon und die zweite hat hier begonnen mit diesem Punkt, wenn eine Linie neu beginnt, hat es nochmal so einen dickeren Punkt. Die zweite ist hier ebenfalls bestätigt, wir haben hier zwei Linien sozusagen unter der Kerze, deswegen können wir hier einen Long Trade eingehen. Und den gehen wir ein hier beim Schluss der Kerze, weil wir das Ganze bestätigt haben, sobald diese Kerze komplett geschlossen hat. Und beim Close hier kann man dann einsteigen und den Stop Loss, den setzt du hier zwei Supertrend Linien darunter. Also wir haben hier hier knapp unter, also knapp unter der zweiten Supertrend Linie, da ist unser Stop Loss, müssen wir etwas hier größer machen. Also hier also eins und eine zweite Supertrend Linie klappt darunter, haben wir den Stop Loss und wir haben ein Risk to Reward Ratio von 1 zu 1,5. Das stellen wir dann gleich hier ein und haben hier ungefähr 1 zu 1,5 risk to reward und haben hier einen profitablen Trade. Dann haben wir das nächste Signal, wir kommen hier wieder runter mit dem RSI, wieder ein Kreuz hat sich hier gebildet. Wir sind hier noch drunter, aber hier sind wir mittlerweile über der EMA wieder und wir sind mit dem RSI aber noch nicht oben angekommen. Also wenn das Ganze hier gekreuzt hat und im Laufe hier nach oben verläuft, aber noch nicht oben angekommen ist, hier in diesem Bereich suchen wir dann die Einstiege. Und deshalb können wir hier danach auch, sobald der Kurs wieder über der EMA ist, einsteigen, wenn wir zwei Supertrend Linien haben. Und eine ist hier, die andere fängt hier wieder gerade bei dieser Kerze an mit diesem Punkt, deswegen haben wir 1,2 Supertrend Linien darunter. Deswegen können wir ebenfalls einen Long Einstieg finden, hier beim Close der Kerze steigen wir ein und haben hier unseren Stop Loss. Bei der zweiten Supertrend Linie, also etwas darunter, habe ich immer den Stop Loss. Und dann bei Risk to Reward von 1 zu 1,5, wie immer haben wir unseren Take Profit, dann nehmen wir unsere Gewinne und so haben wir wieder einen profitablen Trade. Wir können hier nochmal ein Beispiel anschauen, sobald wir hier wieder mit dem RSI komplett runterkommen, dann suchen wir wieder Long Einstiege, solange wir über der EMA sind, über der weißen Linie und hier haben wir einen Cross gehabt. Hier haben wir wieder den Beginn der zweiten Supertrend Linie, hier haben wir die erste schon am Laufen. Die zweite beginnt hier bei der Bullischen Kerze, wo die zweite beginnt, suchen wir nach einem Long Einstieg. Den finden wir beim Close der Kerze, sobald diese Kerze geschlossen hat, also nicht während sie sich noch aufbaut, sondern sobald sie geschlossen hat, komplett und sich gebildet hat, dann beim Close, also beim Schluss der Kerze steigen wir ein. Bei der zweiten Supertrend Linie hier haben wir unseren Stop Loss und einen Take Profit, sogar etwas darunter, wie immer etwas darunter, den Stop Loss ansetzen. Take Profit bei 1 zu 1,5, Risk to Reward, das haben wir dann ungefähr hier. Hier und haben einen knapp profitablen Trade. Ja, wir haben hier einen Quick, der uns ins Profit schießt und haben hier wieder einen profitablen Trade. Das sind jetzt die Long Beispiele gewesen, jetzt zeige ich noch ein paar Short Beispiele. Hier haben wir noch ein paar Short Beispiele. Kuss vorab, wenn dir das Video gefällt und es hilfreich für dich ist, dann lass bitte ein Like da unter dem Video und abonniere den Kanal, denn hier kommen wöchentlich neue Trading Strategien, die dein Bitcoin Trading noch profitabler machen. Ansonsten haben wir hier den Kurs zum Beispiel unter der halb der EMA. Wir haben hier einen Cross gehabt und wir haben kurz danach eine bearische Kerze. In dem Fall brauchen wir eine bearische Kerze, die unter der 200er EMA schließt. Also solange sie unter der 200er EMA schließt, ist das noch gültig. Auch wenn sie oberhalb angefangen hat, sich zu bilden, aber unterhalb schließt, gelte ich das auch noch als validen Einstieg. Deswegen können wir hier beim Schluss der Kerze hier einsteigen, weil wir hier eine Supertrendlinie haben und die zweite direkt hier mit diesem Punkt etwas schwer zu erkennen. Aber hier ist ebenfalls ein Punkt und davon läuft hier die zweite Supertrendlinie ebenfalls. Deswegen haben wir zwei Supertrendlinien drunter, können hier einen Short Trade ebenfalls suchen. Beim Close der Kerze steigen wir ein. Zwei Supertrendlinien, hier liegen die sogar übereinander etwas. Deswegen muss man hier etwas genauer hinschauen. Und einen Risk-Reward von 1 zu 1,5 als Take Profit müssen wir hier suchen und haben hier einen profitablen Trade nach unserem Cross. Dieses Mal über der 80er Linie brauchen wir den Cross. Also er muss hier nach oben gehen, überhalb der 80er kreuzen und dann nach unten gehen und danach suchen wir unsere Short Trades, sobald der Kurs dann unterhalb der EMA ist. In diesem Fall ist alles in Ordnung, haben einen profitablen Trade. Das nächste Beispiel suchen wir dann wieder hier. Wieder hier haben wir einige Crosses, aber der Kurs geht hier schon bereits etwas über die EMA. Deswegen haben wir hier keine Short Beispiele und ich will aber ein Short Beispiel haben. Der nächste Cross haben wir dann hier und wir haben ab dieser Berischen Kerze hier die zweite Supertrendlinie. Hier verläuft ja bereits eine. Die zweite kommt hier. Wir haben den Kurs unterhalb der EMA, also alle Voraussetzungen erfüllt. Und nach dem Cross, hier noch nicht unten angekommen, haben wir hier beim Close der Kerze unseren Einstieg in den Short Trade. Beim zweiten Supertrend etwas darüber haben wir unseren Stop Loss wie immer und den Take Profit bei 1 zu 1,5 Risk to Reward und haben den Trade geclosed. Hier bei dieser Kerze haben wir einen erfolgreichen Short Trade ebenfalls im Profit geschlossen. Ich hoffe, dass es einigermaßen klar gewesen, wie das Ganze zu traden ist. Ich werde das Ganze diesmal auf dem Ethereum Chart, auf dem 1-Minuten-Timeframe für dich 100 Mal hintereinander testen und dann schauen wir uns die Ergebnisse zusammen mit dir an. Viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 100 Trades sind wieder durch, wieder alles in meiner Tabelle eingetragen, jeden einzelnen Trade. Dann schauen wir uns mal die Resultate an. Machen das etwas größer hier. Nein, das funktioniert. Hier haben wir das etwas größer gemacht. Also grundsätzlich finde ich die Strategie super. Die hat wieder ziemlich gut abgeschnitten. Wir haben das Ganze auf dem Ethereum US-Dollar-Chart diesmal getestet, also nicht auf dem Bitcoin-Chart. 1 zu 1,5 Risk to Reward Ratio haben wir benutzt. Das Timeframe von einer Minute, also die Zeiteinheit einer Minute haben wir getestet. Wir haben 5 Tage für 100 Trades, also 5 Tage Daten für 100 Trades gebraucht. 54 davon haben im Profit geschlossen, 46 im Verlust, also haben wir eine Gewinnrate von 54%. 8 Trades konnten hintereinander im Profit geschlossen werden und maximal 6 Trades hintereinander habe ich im Verlust geschlossen. 2% Risiko pro Trade habe ich riskiert und habe als Ergebnis 70% Gewinn nach 100 Trades. Genau das gleiche Ergebnis. Ich teste diese Strategie schon zum dritten Mal. Am Anfang habe ich verschiedene Timeframes auf dem Bitcoin-Chart getestet. Jetzt sogar ein anderes Währungspaar, also ein anderes Handelpaar und trotzdem 70% am Ende rausbekommen in allen drei Fällen. Deswegen finde ich diese Strategie so super. Die funktioniert wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk, egal welches Timeframe, egal welches Handelspaar, trotzdem immer das gleiche Ergebnis. Und das macht diese Strategie sehr stabil und sehr individuell einsetzbar auf verschiedenen Handelspaaren und verschiedenen Märkten. Ich bin natürlich auch auf deine Ergebnisse gespannt. Deswegen, wenn du das Ganze auch selber mal getestet hast oder tradest, schreib deine Ergebnisse unten in die Kommentare rein. Oder wenn du eigene Strategien hast, die ich für dich traden soll, kannst du ebenfalls unten reinschreiben. Wir schauen uns das Ganze, wie das Ganze zwischen allen anderen Strategien, die ich hier auf diesem Kanal teste oder getestet habe, abgeschnitten hat. Aber davor schauen wir uns noch die Equity Curve an. Die sieht folgendermaßen aus. So, das Ganze hat hier etwas volatil gestartet. Danach ist das Ganze aber ziemlich steil nach oben gegangen. Hier etwas konsolidiert. Dann wieder einige Gewinntrades hintereinander nach oben gehabt. Und hier etwas auch nochmal konsolidiert. Weil wir hier eine etwas ruhigere Marktphase haben. Aber trotzdem hatten wir keinen starken Drawdown. Das macht das Ganze zu einer sehr stabilen Strategie. Im Vergleich zu den anderen Strategien hat das Ganze folgendermaßen abgeschnitten. Also wir sind hier zwischen allen anderen Strategien auf dem 9. Platz gelandet. Oben und unten unsere Triple Supertrend. Auch die gleiche Strategie. Hier einmal auf dem 5 Minuten Timeframe. Hier auf dem 1 Minuten, aber auf dem Bitcoin Chart. Und trotzdem, wie du siehst, hier 70% als Ergebnis nach 100 Trades. Also eine super Strategie, die wirklich individuell viel einsetzbar ist. Einen Link zu dieser Excel-Tabelle findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann kannst du das Ganze dir selber nochmal anschauen. Ich wünsche dir noch erfolgreiches Trading. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.